Surah 94, Es-Scharh, das Weiten, offenbart zu Mekka 8 Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, Alam nashrahlaka sadrak, haben wir dir nicht deine Brust geweihtet wa wada'na anka wizrak, und dir deine Last abgenommen, al-lazhi anka zahrak, die schwer auf deinem Rücken lastete wa rafa'na laka dhikrak und deinen Namen erhöht, fa inna ma al-usri yusra und wahrlich mit der Drangsal geht Erleichterung einher. inna ma al-usri yusra wahrlich mit der Drangsal geht Erleichterung einher. fa inna ma al-usri yusra und wenn du mit etwas fertig bist, dann bemühe dich auch weiterhin wa ila rabbika farrab und begehre die Nähe deines Herrn.